Aber würde ich sagen, nicht lang schnacken, direkt rein in die Wicked League. Wir haben eh nichts zu tun, direkt rein hier. Ah ok, nevermind. Das war's dann auch mit Waran in Rot. Oh mein Gott, Pelé. Ja, scheiß drauf, wirklich. Einfach egal, dieses Spiel. Hey, let's go, 1-0, äh 1-1. Das war aber gestern schon wieder so, habe ich auch 1-0 gesagt, obwohl es 1-1 stand, wirklich. Also, ja, irgendwie 30, 40 cm. Ah ok, nevermind. 90. Minute, eine Torchance kriege ich noch. Trashford, du bist jetzt drinnen. Trashford, du musst es jetzt machen. Ah ok, scheiß drauf. Oh mein Gott, ich verliere gegen so einen... Ah ja, scheiß drauf, wirklich. Ich lasse es einfach gut sein mit dieser Wicked League. Ja ok, ok. Kein gutes Team, Fernando Torres, Sola. Ah. Cristiano, dafür liebe ich den. Dafür liebe ich den, Mann. Nein, Liga, wir haben Februar immer noch nichts. Fernando Torres. Weil die PS5 ja nicht mit PS4-Cheflay machen können. Das ist halt ein bisschen das Problem. Ach. Cristiano, Cristiano, Ronaldo, Santos de Beiro. Das waren richtig gute Zeiten. Ja, der macht's nochmal spannend, oder was hat der hier vor? So ein Mund. Interessant. Was ist denn da los? Ach, perfekt. Yo, hätten wir das dann auch geklärt. Ja gut, aber was will ich auch die ganze Zeit gegen solche Teams machen? Was soll ich auch die ganze Zeit gegen solche Teams machen? Dybala, komm schon. Dybala, mach was. Mach was, Dybala. Zeig dich. Jetzt Lozano. Oh mein Gott, Digga. Dieser Lozano ist zu gut. Was ist das für uns? Was ist das für uns? Das geht los. Das geht los. Hä? Was war das jetzt? Jetzt komm Ronaldo. Mach das, Jakob, mach das. Ah, okay. Ja, kein Bock mehr auf die Scheiße. Guck, was soll ich hier machen? Shit game, Digga. Fucking shit game. Naja, okay. Das ist krank. Das ist krank einfach. Ey, ich kaufe mir gar nicht das Fun-Team. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich habe gar keinen Bock mehr auf die Scheiße. Was soll ich machen? Okay, das ist ein gutes Team. Ich habe richtig Bock auf das Team. Das wird sauwitzig jetzt. Es sind aber auch Gegner, gegen die ich hier spiele. Das neue Team schon besser als das alte. Wegen Harit. Das stimmt. Aber. Ach, das ist so schlimm. Wir hören uns. Ach, das ist so krass, Mann. Das ist so krass. Ich habe richtig Bock auf das Team. Das wird sauwitzig jetzt. Oh, Karincha, Trogba, Cannavaro. Krankes Team auch schon wieder. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Nehme ich mit die Tore, aber ist egal. Guckt euch an. Was der Harit kann, das kann der Ronaldo gefühlt nicht. Kranker Scheiß einfach. Digga, was ist das denn? Oh mein Gott, ist das schlecht. Ja, und dafür gibt es dann Elfmeter. Ist das schlecht einfach, das Spiel. Das ist so schlecht einfach. Und Viri macht es. Guck mal, da ist Viri immer in der Lücke jetzt. Viri, zeig mal, das war eine gute Entscheidung, Viri ins Team zu bauen. Wer ist eigentlich Ronaldo, wenn du Viri hast? Ich weiß es nicht. Wer ist Ronaldo? Wer ist Cristiano Ronaldo? Das ist kein Problem für den. Guck mal, der ist auch einfach schneller. Es ist zu krank einfach. Ist einfach zu krank. Okay. Bundesliga-Team. Full-Bundesliga-Team. Jawohl, Luzano. Ja, meinsch, verstecke ich das nicht, warum er rauskommt. Also, ich meine, er spielt doch ernst. Warum kommt er jetzt raus? Was ist das mit ihm? Macht viel aus. Falsch geschrieben. Achso. Jawohl, Digga. Ey, Gegentor wieder kassiert. Einmal scheiß drauf. Ach, Mann, ey. Das ist doch so eine Scheiße. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich quitt jetzt hier raus. Das hat eh keinen Sinn. Das hat sowieso keinen Sinn hier. Schon wieder ein Bundesliga-Team. Guckt euch die Bundesliga-Teams an. Und ich verliere die ganze Zeit gegen die. Yo, let's go. Jawohl, komm, nochmal Kramaritsch. Kramaritsch. Kauft euch alle Kramaritsch, Jungs. Kauft ihn euch alle. Kauft ihn euch alle. Löscht die einfach mal, bitte. Einfach mal löschen. Jawohl. 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 Ach, wirklich, das ist zu viel, Leute. Meinetwegen quitt ich halt alle Spiele noch. Mach ich auch keine internen Dinger mehr hier. Quitt ich halt einfach. Da ist doch direkt der Aspers. Der haut mir sowieso wieder fünf Buden rein. So fühle ich mich auch gerade. Let's go. 1 zu 0 für ihn. So ist das auch. So ist das doch gut. krank. Krank einfach. Wirklich. Das ist so. Sehr, sehr schlechtes Team, Kappa. Sehr, sehr schlechtes Team. So ja, nur Maradona. Gegner hat ein Gameplay. Guck mal, wie der seine Spieler bewegen kann. Das ist so krank, Mann. Wirklich. Das ist einfach krass. Ja, ich bin fertig vor heute mit dem Spiel. Wirklich. Ich bin vor heute fertig. Ich bin vor heute fertig einfach. Bis zum nächsten Mal.